wo könnte man denn da komme ich das hier gilt noch zu Sommerfort und 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 Ernsthaft. Da komme ich doch nirgends hoch. Hier ist die Grenze. Da lasst ihr mich wenigstens in Ruhe. Ja, hier geht es nirgends durch. Ist da hinten irgendwo noch ein Gewässer? Hier ist nirgends ein Gewässer. Hmm. 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 Wir gehen einfach fort. Hm. Ich nehme nicht an, dass das hier dann anders ist. Ja, das ist auch Sommerfort. Okay. Hier hinten ist nichts. Den Fluss hier hatte ich. Und ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob ich da jetzt vorne oder hinten an dem Fluss bin. Ich kann es mal hier probieren. Okay. 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 Was soll die Meldung mir bitte sagen? Okay. 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 Ja, hier vorne geht es, aber da hatte ich ja den Punkt schon. Okay. 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 Gut zu wissen. Das ist etwas, das lege ich mir mal hier hin. Okay. 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 So kann ich das auch da rein. Okay. 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 Jetzt weiß ich noch immer nicht, wo dieser Angelspot sein soll. Hier ist es gut. Wie ist das eine Glocke? Was soll? auf der seite ist nichts den fluss habe ich und hier oben gab es auch kein wasser oder war ganz hinten dass man daraus schauen konnte nichts mit wasser ganz da unten dann vielleicht so gesehen ansonsten wüsste ich nicht schaut nicht so aus hier ich glaube hier habe ich mir doch die sommer fort geholt gehabt weil hier kann ich nicht hier geht auch nicht ja und das da wird so sommer fort doch gelten genau ich ja 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 So viele Dinge gibt es ja nicht. Die beiden Flüsse, die Küsten. Ich bin etwas ratlos, also... Ich bin etwas ratlos. Okay, ich habe jetzt mal nachgeschaut. Ja, also das ist wirklich da oben, da wo ich war, wo es nicht funktioniert hat, dann muss ich mal schauen, was ich falsch gemacht habe, dass das nicht funktioniert hat. Aber vorher. Ja. 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 Ach so, das darf ich dann gar nicht. Leute. Also da war ich schon richtig, dass da hinten ein Angelspot wäre. Jetzt ist nur die Frage, wieso hat das nicht funktioniert? Schauen wir mal. Also. Genau. Da hat auch einer in Form gefragt. Falscher Köder, zu niedrige Werte, falsche Position. Ja, nicht hilfreich. Fischertipps. 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 Das ist nicht schön. Das ist ätzend, Leute. Das ist nicht schön. 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 Okay. Dann... Das ist nicht. 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 Sehr schön. Ich nehme nicht an, dass man hier oben, aber da schaue ich doch mal schnell hin, dass man hier irgendwo angeln könnte. Nein. 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 So, dann. Dann probiere ich es hier auf dem Übergang das nächste Mal. Das könnte noch zur Morabi-Bucht. Okay. 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 Das hier auch. Ja. Und das auch. Okay. Wo sind denn die ganzen Angelspots? Welche dann schon gedacht? Dass das eigenes sind. Gut, die Stadt hier unten, das ist klar. Und hier unten wahrscheinlich nochmal. Genau, den kenne ich noch nicht. Falscher Köder. Okay. Ah, ich muss also auch was angeln ansonsten, also fangen, sonst wird das nicht gewertet. Okay. So. Das ist das. Ja, hier unten könnte es laut Anzeige durchaus mehrere geben von den Angelspots. Aber ob das hier wirklich ein eigener dann wird und da unten nochmal einer. Na, schauen wir mal. Wir probieren es einfach mal. Okay, da unten, da komme ich so nicht hin. Da komme ich gar nicht hin. Ja, das ist ein eigener. Okay. Okay. So, wieder ein Spot. Ach, das gehört da dazu. Okay. Ich dachte, das wäre ein eigener. Nochmal. So, Ballot, gibt es hier angeblich noch viele Spots? Wo sollen die denn bitte alle sein? Okay. So, wenn wir schon mal hier sind. So. So. Genau, das ist auch ein eigener Fishing Spot. So. 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 gehen wir mal davon aus, dass hier auch ein eigener ist. So. 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 probiert. Das gehört zum Morabi. Obwohl ich gedacht hätte, das ist ein eigener Spot, aber nein. Vielleicht da hinten. Ich weiß nicht, wie groß sie diese Spots teilweise gemacht haben. Nö, hier kann ich nicht angeln. Ja, das ist Morabi. Ich weiß nicht, wie groß sie sind. Ich weiß nicht, wie groß sie sind. Die verrückte Brücke vielleicht. Ja, da habe ich aber. Guten Morgen, Inkubus. Ja, hier habe ich vorhin probiert. Das gehört zum Morabi. Und was ist hier? Okay, man darf. Gehört aber zu Morabi. Ich suche Angelspots. Aber ja, das ist nicht so prickelnd. Man sieht so, ja noch nicht entdeckt, aber nicht wo. Und ja, also einen kann ich nicht. Da fehlt mir auf jeden Fall das Level. Und die anderen beiden habe ich noch nicht gefunden, wo die sein sollen. Das erschließt sich mir auch gerade nicht. Das ist ja. Weil ich habe mir gerade so das Angeln mal angeschaut. Und ja, nett. Nett für mal zwischendurch, aber als Dauerbeschäftigung ist das glaube ich nix. Hier ist doch nirgends ein Fluss oder ein Gewässer oder sowas. Ja, ich glaube meine Lieblingsbeschäftigung wird das auch nicht. Das kann man mal machen, wenn es einem wirklich langweilig ist, aber ich glaube ansonsten lasse ich das auch bleiben. Ja, das habe ich auch schon den Spot. Ja, ja. Klar doch. Ich weiß vor lauter Langeweile nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ja, ich glaube die anderen Spots finde ich jetzt nicht. So, mal noch das auf 10 bringen und die Klassenquest machen. Und dann mal weiter sehen. Ja, da habe ich vorhin schon mal in einem anderen Gebiet geschaut. Aber das sehe ich immer so als halbes Cheaten an. Ja, ich mache es eher ungern. Gerade am Anfang. Später greife ich auf sowas meistens oft zurück, aber am Anfang suche ich gern noch selber. Aber ja, beim Angeln glaube ich, wird sich das sehr bald legen bei mir. Vor allem beim ersten Gebiet, da habe ich dann den Spot zwar gefunden, aber im Internet habe ich dann gelesen, ja, man braucht Angeln 15, ansonsten wird er nicht freigeschalten. Das steht im Spiel aber nicht. Ja, blöd. Ja, es gibt massig solche Verzeichnisse, wo eben steht, wo die Angelspots wirklich sind. Aber ja, will ich jetzt auch nicht raussuchen. So wichtig ist es mir nicht. Hm, du machst mir ja Freude. Bis dahin ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen. So. Hat sich da was getan? Ja, doch. Okay. Küsten und Flüsse. Ja, was anderes hatte ich auch noch nicht. Ja, sowas ist blöd. Zum Greifen nah und man kommt nicht hin. Bah. Dann aus! Hab Gesicht. Gehen. Ich habouth bei der Gegend gekehrt noch nicht in Ordnung. Wkröste預 Gehen. Junge jetzt fang mal was gescheites ich brauche ein paar xp ist doch nicht mehr viel Naja vielleicht kann man den Schuh noch ein bisschen schön aufpolieren ja angeln ist immer so eine sache also mein Traum ist es nicht da finde ich selbst Minensucher oder Gärtner spannender das ist ja also fischen ist ja ok ja also ne also ein reines Angelspiel würde ich mir wohl auf keinen Fall holen ich habe einmal als Jugendlicher so in den Sommerferien mal so beim Angelkurs mitgemacht und da entdeckt nö irgendwie dafür bin ich nicht geboren so wo ist denn hier da vorne ja wenn es kostenlos ist kann man sich mal anschauen klar ok schulkenstrom im zentralen krebsfleischbälle ja die dinger habe ich schon ok ok den schulkenstrom war es doch oder ja am schulkenstrom das da das von der Brücke aus darf ich das nicht gerade ging es doch ah ich wenn ich mir aufs Geländer stelle geht es ok na schauen wie lange wir angeln müssen dafür ja das war zwar eine aber ich glaube er will eine bessere die ist immer noch nicht groß genug und die ist kleiner steht drin wie groß sie sein muss nö ok 7,9 war es größte bisher und das war jetzt 7,7 ok ein neuer fisch da steht auch nix ok ein extrem kleines exemplar mit 4,8 karpfen in haku ok den karpfen in haku sehr schön den brauche ich gerade noch nicht ja eine kleine forelle tumt 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 ein flusskrebs na sehr schön karpfen in haku eine mittlere forelle mit 6,9 mhm ich sehe schon das kann sich nur um stunden handeln karpfen in haku 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 karpfen Okay. auf 5 Stunden verzichte. So was brauche ich eigentlich nicht. So sehr geduldig bin ich nicht. Also eigentlich bin ich ein sehr ungeduldiger Mensch sogar, aber ja. So sehr geduldig ist. So sehr geduldig ist. So sehr geduldig ist. Ja natürlich. So vieles. So vieles. So vieles. Weil ist ja alles ganz nett, aber ja. So. Dann suche ich mir jetzt mal den Händler. Um das ganze Zeug ein bisschen wieder auch loszuwerden. Du da, Händler. Ist ja völlig wurscht, nehme ich an. Verkaufen kann ich doch überall alles. So, das ist ein Köder, den will ich nicht verkaufen. Ja, Kaffee hole ich mir auch gleich. Haha. Haha. Das war's. Das ist Köter. Das ist Köter. Das ist Köter. Das ist Köter. Yo, willkommen back. Okay, Mike. Mach ich. Gerne sogar. Reagenz. Nee, Farbstoffe werden nicht verkauft. Okay. Das war's. So, was ist das da? Ja, nee, das auf keinen Fall. So, das sortieren, genau. Wird wieder aufgeräumter. Mein Konto ist wieder etwas erholt. So. Schauen wir hier mal. Haben wir... Nein, da haben wir nichts bekommen. Und da auch nicht. So. So. Halb acht. Ja, okay. Halb acht. Wo laufe ich eigentlich hin? Wo bin ich hier überhaupt? Moment mal. Völlig verwirrt in der Gegend rumlaufen. Genau. Drei nach. Ja, inzwischen sogar vier. Aber das bedeutet für mich, so langsam aber sicher wird es Zeit fürs Frühstück. Ja, Kaffee und Frühstück wird jetzt wichtig. Hatte ich heute nämlich noch nicht. Deswegen werde ich jetzt erstmal eine Pause machen. Und erstmal mich um ein leibliches Wohl kümmern. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich bin später wieder für euch da. Mir hat es sehr gefallen heute. Und ja, bis später. Ich wünsche einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.